Liebe Anwesende, wir lagen euch alle jetzt im Anschluss dann ein, zunächst mal euch alle in die ausliegenden beiden Gästebücher noch einzutragen. Für alle, die es eben richtig getan haben. Dazu werden ein paar von Kurz Lieblingsraums gespielt. Wer Lust hat, kann auch an dem Felsblock dahinten noch Steine hinterlegen vielleicht. Und irgendwann entsteht hoffentlich mal ein ansehnliches Steinmüllchen hier. Ab 17 Uhr laden wir euch alle recht herzlich ein nach Muckendorf in das Festzelt. Gleich am Ortseingang, wenn man zum Stalter kommt. Dort gibt es nochmal Gelegenheit für Beileidmusik, für gemütliche Gespräche. Und natürlich auch, darf nicht fehlen, ein kleiner Rückblick in den Bildern und Filmausschnitten aus kurzem Leben, nicht mehr als Gletterer. Danke für euer Kommen und bis gleich. Eine Bitte noch an mir als Zerträger. Ich bin berücksichtigt auf die Redner. Und eben bitte, wir bitten euch darum, von Interviews hier am Ort der Muschelkwelle abzusehen und das bitte auf das Festzelt im Muckendorf zu verschieben, wenn möglich. Bei Fragen einfach an mich wenden. Und der Kurort übrigens wurde heute Morgen beigesetzt. Falls einer von euch ihn demnächst mal persönlich besuchen will und vorab schauen möchte, blüben im Streitlager Friedhof Niederferenlauf. Tschüss, vielen Dank.